Begegnung mit Rai Ramananda Dieses Kapitel enthält eine gekürzte Wiedergabe von Berichten über die Begegnung Chaitanyas mit seinem ewigen Gefährten Rai Ramananda. Im Gespräch der beiden entfaltet sich die innere Dramatik des geheimen Spieles von Radha und Krishna und der Gopis, die dem göttlichen Paare dienen. Chaitanya Chandrayam 7 Der König Pradapta Rudra von Orissa Ich habe gehört, dass ein außerordentlich mächtiger Asket, der voller Erbarmen ist, aus Gauda, Bengalen, gekommen ist. Bad Acharya Sarvabhoma Ja König Wie kann man es möglich machen, dass ich seine Füße grüßen darf? Bad Acharya Das ist schwer möglich. Nur die Bhaktas, die nichts wollen als Bhagavan dienen, können den Anblick dessen erlangen, dessen Lotusfüße sich sehr selten machen. Außerdem ist er vor einigen Tagen nach Südindien gegangen. König Wie ist es möglich, dass er die Nähe Chaganats aufgegeben hat und fortgegangen ist? Sarvabhoma Sie, die den Keulenträger, den allmächtigen Gott in ihrem Herzen tragen, sie sind es, welche die heiligen Orte, Tirta, zu heiligen Orten machen. Das ist im Allgemeinen die Natur der Großen. So heißt es in Bhagavatam 1.13.10 Er aber ist Gott selbst in seiner ganzen Fülle. Bhagavan Svayam König Vollstaunen Bad Acharya Wenn ihr das sagt, dann ist es wahr. Wie kommt es aber, dass ihr euch nicht bemüht habt, ihn zurückzuhalten? Sarvabhoma O König Er, vor dessen zusammengezogenen Brauen, Brahma und die anderen Welthüter zittern, er duldet keine andere Abhängigkeit als die von seiner eigenen göttlichen Barmherzigkeit. Außerdem Wie viel Preislieder habe ich nicht gesungen, wie viel habe ich nicht fliehendlich gebeten, wie viel Furcht habe ich nicht einzuflößen versucht, dadurch, dass ich sagte, Ich will mein Leben aufgeben, Gnade und erschlagen, das ist die Doppelnatur der Großen. Fußnote 477 Er ist zart wie eine Blüte und hart wie ein Donnerkeil. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 7.71-72 König Vollsehnsucht Wird er wohl wiederkommen? Sarvabhoma Sicherlich, denn seine Gefährten sind ja hier. König Wieso ist er alleine gegangen? Sarvabhoma Eine solche Frage, gibt es denn für ihn ein Allein? Dennoch habe ich einige zuverlässige Brahmanen mit ihm geschickt. König Wie weit denn? Sarvabhoma Sie werden bis zur Gondavari mitgehen, doch nehme ich an, dass Bhagavan bis zum Setubanda gehen wird. Fußnote 478 Gondavari Einer der heiligen Ströme Indiens Setubanda Die Südspitze Indiens König Warum sind die Brahmanen nicht bis dorthin mitgeschickt worden? Sarvabhoma Er gestattete es bloß bis zur Gondavari, aber auf Bitten Ramanandas hat er ihre weitere Begleitung angenommen. Was heißt denn das, Ramanandas Bitten? Sarvabhoma Er war fest entschlossen zu gehen, und da habe ich ihm gesagt, am Ufer der Gondavari lebt Ramananda, und der ist ohne Zweifel würdig, begnadet zu werden. König Wie kommt er zu einem solchen guten Glück? Sarvabhoma König Er ist bestimmt seiner inneren Natur nach ein Vaishnava. Früher haben wir ihn lächerlich gemacht, aber durch Bhagavans ergreifende Gnade ist er einer von denen, die von Bhagavans Größe wissen. König Ich habe gehört, dass er auch zu dir solche Gnade hat. Sarvabhoma Die Macht Bhagavans gibt sich ohne Rücksicht auf Würdigkeit kund. Ein Torhüter tritt auf. Bad Ajarya Setzt euch und berichtet vom Anfang an. Alle setzen sich. Sarvabhoma Einer von euch soll sprechen. Einer Er ging zuerst zum Anblick des Tempels, von Alalanat, sang Preislieder, und wie in einem ekstatischen Freudenausbruch, der die Überlegung wegnimmt, ging er wie ein ungefesselter Elefant mit großer Schnelligkeit weiter, so schnell, dass wir ihm gar nicht folgen konnten. So schnell wie ein Stäubchen vom Berge Sumeru vom mächtigen Nordwind getrieben, eilte er dahin. Sein lauteres Sankirtan, der Namen Bhagavans, übertraf das Donnern der Wolken. Viele Menschen sahen ihn auf dem Weg mit großen Augen, und in kürzester Zeit kam er zum Weihekreis des Avatara Kurma. Sarvabhoma Hat er inzwischen kein Bettelmahl eingenommen? Der Brahmane Nein Sarvabhoma Was habt denn ihr gemacht? Die Brahmanen Wir haben schnell gegessen, was uns gerade in die Hand kam, und sind ihm schnell nachgefolgt. Es lebte dort ein Brahmane namens Vasudeva, der an schmelzendem Aussatz litt. Sein ganzer Leib war voll von Würmern, Blut und Eiter. Und wenn Würmer heruntergefallen waren, hob er sie wieder auf und legte sie zurück auf den Leib, ohne gestört zu sein, wie einer, dessen Geist in Bhagavan eingetaucht ist. Ohne dass irgendjemand von ihm gesprochen hatte, ging Bhagavan plötzlich in sein Haus, umarmte ihn sofort mit fester Umschlingung, wie einen geliebten Freund, den er nach langer, langer Zeit wieder getroffen hatte. Und der Brahmane sagte, wo bin ich, der Armselige, der Sünder, und wo ist Krishna, der Wohnort, der Shri Lakshmi, dass er mich, den schlechten Brahmanen, mit festen Armen umschließt. Und während er so sprach, trat seine schöne frühere Gestalt wieder hervor, und er sagte zu Bhagavan, Warum habt ihr mir, o Bhagavan, eine solche Gestalt gegeben? Bis jetzt habe ich meine Zeit ohne Leid durch diese Krankheit verbracht, und jetzt werde ich wieder Ich-Bewusstsein haben, und alles Begehren im Geist wird wieder hervortreten? Darauf sagte Bhagavan. Oh, Brahmane, nur ohne ununterbrochenes Gedenken Bhagavans wendet sich der Geist nach außen. Es ist kein Grund zur Furcht. König Oh, Bhattacharya, es ist wahr. Er ist wirklich Gott. Denn wäre es anders, ein Shiva könnte solches Erbarmen nicht haben. Denn bloß von der Krankheit des Aussatzes befreien, das kann auch ein hoher Yogi, Sarvabhoma. Und dann? Der Brahmane. Dann kam er zum Weiherkreis des Avatara Nureshimha. Und nachdem er Nureshimhas Anblick erhalten hatte, Preislieder gesungen und den Tempel umwandelt hatte, schritt er weiter, und durch den Strahlenglanz seines Leibes, der wie ein goldener Berg war, wurden die Himmelsrichtungen von goldener Farbe. Und durch seine Barmherzigkeitsblicke schmolz der Geist der Menschen auf allen Seiten und er sang. Krishna, Krishna, sieg! Krishna, Krishna, he! Krishna, Krishna, sieg! Krishna, Krishna, he! Krishna, Krishna, sieg! Krishna, Krishna, bewahre mich! Die Zeilen bedeuten unter anderem auch, Krishna möge ihn bewahren, damit er, der sich als Radha weiß, die Trennung von Krishna ertragen könne. So ließ er den Regen seine liebreichen Worte niederströmen, und erfreute die Ohren derer, die es hörten, und stahl ihr Herz und schritt weiter. Und diese Strophe, immer da singend, schritt der goldene Hari weiter, und wenn er einen Menschen sah, so rief er, sag Hari, Hari! Und dieser Mensch geriet durch Prima in einen ekstatischen Freudenausbruch und rief, Hari, Krishna! Und folgte Prabhu nach seinem Anblick begierig. Und Prabhu umarmte ihn und übertrug Shakti auf ihn. Und wenn dieser Mensch dann in sein eigenes Dorf zurückkehrte, so rief er, Krishna! Und lachte und weinte und tanzte ununterbrochen. Und jedem, den er nun traf, sagt er, sag den Namen Krishnas. Und so wurden alle in seinem eigenen Dorfe zu Vaishnavas. Und so geschah es in jedem Dorf. So wurden alle in dem Südland zu Vaishnavas. Chaitanya Chantodayam 7 Der Brahmane Dann kam er zum Ufer der Gondavari. Er ruhte sich etwas aus. Wie durch Wind, der von goldenen Kentaka-Blüten daherbläst, wurden die Himmelsrichtungen freudvoll durch den Duft, durch den Wind, der Prima-Glück ist. Er ist der Inbegriff göttlicher Barmherzigkeit. Von selbst wurde er, dessen Wesen der Inbegriff aller göttlichen Eigenschaften ist, offenbar. Und durch die Verbreitung dieses Duftes strömten die Brahmanen in Menge zusammen und fragten, Wer ist das? Und als sich dieses Geheimnis verbreitet hatte, da kam, wie von einem Mantra angezogen, wie einer, der von einem Geist besessen ist, wie einer, der etwas unerhört Erstaunliches, noch nie Erlebtes erfährt, Rai Ramananda Fußnote 480 Rai Ramananda, aus einer Schudra-Familie, ist Vizekönig der südlichen Provinzen von Orissa. König Ramananda, du bist gesegnet, du hast seine heiligen Füße geschaut. Der Brahmane Ramananda kam heran, fiel vor den Lotussen seine Füße nieder, von Tränen überströmt. Bhagavan sprach, Oh, du bist ja Ramananda. So sprach Bhagavan und ergriff ihn mit seiner Gnade. Bhagavan Auf Sarvabomas Anraten ist mir euer begehrter Anblick zuteil geworden. Ich sitze hier eine ganz kurze Zeit und es ist wohl getan, dass ihr von selbst gekommen seid. Sagt, was sich jetzt zu sagen ziemt. Fußnote 481 Bhagavans Tun ist immer vollkommen ursachlos. Yad Rijaya Durch nichts bedingt ständig voll spontaner, motivloser, unfassbar beweglicher Initiative und Spielfreude. Eben ist er noch in unbegreiflicher Gnade in Selbstoffenbarung überströmt. Jeden Unbekannten, scheinbar ganz Unwürdigen, der ihm in den Weg kam, hat er umarmt und hat ihm Shakti, seiner Prima Bhakti, gegeben. Nun, da er Rai Ramananda, einem vielgeliebten Freund aus früherer Lila begegnet, gefällt es ihm in der Freude seines Entfaltungsspiels, sich zu entziehen. Um den anderen herauszufordern, um dessen dienende, erkennende Liebe, durch die Gott sich selbst immer tiefer erkennt, ins Grenzenlose, bis zur hellen Verzweiflung zu steigern. Jethanya Charit Amrita, Madhya Lila, 8.54-251, 8.57-298 Prabhu sagt, Rezitiere Strophen aus den Shastras und gib Definitionen, was der Weg und das Ziel, Sadhya, ist. Rai Ramananda geht auf das Spiel ein. Er beginnt ganz von unten und sagt, die Ausübung der Pflichten, der eigenen Kaste und dem eigenen Lebensstand entsprechend, sei Bhakti zu Vishnu und sei Weg und Ziel. Er belegt seine Aussagen mit einer Strophe aus dem Vishnu-Puranam, 3.8.9. Prabhu sagt, Das ist äußerlich, wertlos, exoterisch, nicht der Rede wert. Sage mehr. Rai, das beste Ziel ist Hingabe, alles Tuns an Krishna. Was du tust, was du isst, was du opferst, was du hinschenkst, was du dir in Askese versagst, das alles tue als Opfergabe für mich. In Klammer Gita 9.17 Prabhu, das ist äußerlich, sage mehr. Rai, den Pflichten seiner Kaste und seiner Lebensstufe entsagen und immer bei Gott Zuflucht nehmen, das ist das Ziel. Und er zitiert Krishnas Worte aus der Bhagavad-Gita 18.66 Gib alle diese Pflichten auf und nimm einzig bei mir Zuflucht. Sorge dich nicht. Ich werde dich von allen Sünden befreien. In Klammer, die aus der Unterlassung solcher Pflichterfüllung entstehen. Prabhu, das ist äußerlich, sage mehr. Rai, Bhakti mit Jnana gemischt, ist das höchste Ziel. Wer vom Brahman erfüllt ist, gestillten Geistes und sich nicht sorgt und nichts begehrt, wer den einen Paramatmer in allen Wesen sieht, der erlangt höchste Bhakti zu mir. In Klammer, Gita 18.54 Prabhu, das ist äußerlich, sage mehr. Rai, Bhakti, die Lehr von Jnana ist, in Klammer Lehr, von Begehren nach Befreiung, ist das höchste Ziel. Ganz und gar haben sie das Bemühen von Jnana aufgegeben. Verehrend grüßen sie dich mit dem Leib, mit der Stimme und mit dem Geist und leben von den Worten, die von dir handeln und ganz von selbst von den Seienden ausgesprochen werden. Sie verharren ruhevoll an ihrem Ort und in dem Lebensstand, in dem sie sind. Und von eben diesen bist du besiegt, obwohl du unbesiegt bist in den drei Welten. Erst nun, als Rai das Wesen derer beschreibt, die nicht aus sich selbst leben, sondern nur von den Worten Gottes, die aus dem Munde der Seienden stammen, erfolgt eine zögernde Bejahung. Prabhu, das geht wohl an, aber sage mehr. Rai, Prima Bhakti ist das Beste aller Ziele. Prabhu, das geht an, doch fahre fort. So steigert sich das Spiel der Fragen und Antworten dauernd. Und Rai Ramananda wird herausgefordert, allmählich den verborgensten Schatz seines Herzens zu enthüllen. Er spricht, wie er selbst sagt, längst nicht mehr aus eigener Kraft, sondern mit der Shakti, die ihm Krishna Chaitanya schenkt. Mit dieser göttlichen Kraft der reinen Erkenntnis und der Gottesfreude schildert er die Herrlichkeit der vertraulichsten Prima Bhakti in Vraja, das heißt das Glück der dienenden Liebe, der Spielgefährten und Freunde, der Eltern und der geliebten Freundinnen Krishnas, der Gopis. zu Bhagavan Krishna, ihrem ewigen Freund, der die Fülle des Brahman ist. Prabhu, das ist köstlich. Das ist sicherlich der Höhepunkt aller Ziele. Aber wenn du so gut sein willst, sage es, wenn es noch etwas Höheres gibt. Rai, ich weiß wirklich nicht, ob jemand vorher auf Erden darüber hinaus noch eine solche Frage gestellt hat. Nun schildert er auf Wunsch Chaitanyas ausführlich aufgrund der Shastras Das Wesen der erlesensten aller Gopis, Radhas, als die Essenz der Chitschakti, als die ewige Gestalt der Freudenkraft Bhagavans, Ladini Shakti, die Bhagavan unermessliches Glück zu schenken vermag und durch die er sich selbst am tiefsten erlebt. Er schildert das Wesen der beiden, die eins sind und deren Prima Bhakti zueinander seit Ewigkeit, bis Chaitanya ihm mit der Hand den Mund zuhält. Nun soll er abbrechen. Rai, das, was du mich aussprechen machst, das eben sage ich. Was ich sage, ob es gut oder falsch ist, weiß ich nicht. Gibt es in den drei Welten irgendwo einen so fest in sich gegründeten Weisen, dass er unbeweglich bleiben könnte im Tanzdrama Deiner Lila? Und so ging, in Bremer versunken, die ganze Nacht dahin. Am Morgen brachen beide auf, um ihre jeweiligen Pflichten zu tun. Beim Abschied fiel Rai ihm zu Füßen und bat ihn flehendlich. Um mir Gnade zu erweisen, bist du hierher gekommen. Bleibe zehn Tage hier und läutere meinen bösen Sinn. Außer dir vermag niemand, den Shiva zu retten. Und außer dir vermag niemand, Prima zu Krishna zu geben. Bravo! Von zehn Tagen kann gar keine Rede sein. Solange wie ich lebe, kann ich deine Gesellschaft nicht entbehren. In Nilajala, Puri, werden du und ich beisammen sein. Und in Ruhe und Frieden werden wir unsere Tage in Freude, in Berichten von Krishna verbringen. Darauf gingen beide fort, um ihre jeweiligen Pflichten zu tun. Am Abend kam Rai zu ihm. Sie umarmten einander, saßen an einen stillen, einsamen Ort nieder und in einander taten sie Fragen und gaben sie Antworten. Bravo fragt. Rai antwortet. So verbrachten sie die Nacht. Bravo! Was ist die beste von allen Wissenschaften? Rai Ramananda. Außer der Wissenschaft von Krishna und Bhakti gibt es keine andere Wissenschaft. Bravo! Was ist der größte Ruhm, den ein Mensch haben kann? Ruhm haben heißt, als Prima Bhakta Krishnas bekannt sein. Bravo! Unter allen Formen von Reichtum, was ist der wahre Reichtum? Rai Ramananda. Prima Surada Krishna ist der wahre Reichtum. Bravo! Was ist das größte Leid? Rai Ramananda. Außer dem Leid des Getrenntseins von dem Bhakti Krishnas gibt es überhaupt kein Leid. Bravo! Wer ist wirklich ein Freier, Mukta unter den Freien? Wer Prima Surada Krishna hat, der ist ein wahrhaft Freier. Auf diese Weise verbringen beide die ganze Nacht im Raser des Berichtens von Krishna, tanzend, singend, weinend. Am Morgen gingen beide wiederum an ihre Pflichten, trafen sich wieder am Abend. Während des Beisammenseins unterhielten sie sich mit Gesprächen über Krishna. Dann fiel Rai zu Brabus Füß nieder und bat. Das Wesen Krishnas, das Wesen Radhas, das Wesen des Prema, des Rasa, das vielfache Wesen der Lila. So viel ist in meinem Herzen lebendig geworden, als ob Narayana dem Brahma die Weden empfangen ließe. Das ist das Wesen Gottes, des inneren Lenkers, dass er äußerlich gar keine Worte spricht, aber im Herzen die Sache selbst aufleuchtend macht. Doch ein Zweifel blieb in meinem Herzen. Erweise mir die Gnade und beseitige ihn. Vor dem sah ich dich als einen Sanyasi. Doch jetzt sehe ich dich als einen jungen Hirten, Gopa, dunkelblau leuchtend, Shiyama. Und vor dir sehe ich eine goldene Gestalt, deren goldenes Leuchten überdeckt deinen ganzen Leib. Und ich sehe darin offenbart den Mund mit der Flöte. Und im Ausdruck mannigfaltigen Brema sind die Lotuse deiner Augen und steht. Und wenn ich dich so sehe, bin ich tief erstaunt. Bravo, sage mir ohne Verstellung, was ist der Grund dafür? Noch einmal will Krishna Chaitanya sich ihm entziehen. Bravo sagt, du hast ganz dichte Brema Bhakti zu Krishna. Und was du siehst, das liegt eben in der Natur des Brema. Wenn der ganz große Bhaktar irgendetwas sieht, was unbeweglich oder beweglich ist, so leuchtet ihm eben dort Sri Krishna auf. Ob er Bewegliches oder Unbewegliches sieht, so sieht er gar nicht mehr dessen Gestalt, sondern überall leuchtet ihm die geliebte Gottheit seines Herzens. Du hast ganz starken Brema zu Radha Krishna. Deshalb leuchtet dir überall Radha Krishna auf. Rai sagt, Bravo, du bist wirklich ein Meister im Verstellen. Verheimliche dein eigenes Wesen nicht von mir. Du hast den Glanz der Liebe Radhas dir zu eigen gemacht. Um deinen eigenen Raser zu erleben, bist du Avatar geworden. Deine eigentliche geheime Absicht ist Erleben von Brema. Und ganz nebenbei geschieht es, dass du die drei Welten mit Brema erfüllst. Du bist gekommen, um mich zu befreien. Und nun verstellst du dich. Was soll das? Da lächelte Prabhu und ließ ihn sein eigenes Wesen sehen. Krishna, den König des Rasa, Rasa Raja, und Radha, die Gestalt höchster Brema Bhakti, Mahabhav, beide eine Gestalt. Ramananda sah es und wurde ohnmächtig in Aananda. Er konnte den Leib nicht aufrechthalten und fiel zu Boden. Prabhu brachte ihm mit der Berührung seiner Hand wieder zum Bewusstsein zurück. Und als Rai ihn wieder im Sanyasi-Gewan sah, war er erstaunt. Prabhu umarmte ihn und ermutigte ihn und sagte, Außer dir hat niemand diese Gestalt gesehen. Du hast Erkenntnis von meinem Wesen und meiner Lila und meinem Rasa. Und deshalb habe ich dich, meine Wesensgestalt, sehen lassen. Mein Leib ist nicht Gauranga. In Klammer Gauranga, Goldgestalt. Die goldene Farbe stammt von der Berührung mit Radhas Leib. Und außer dem Sohnenandas, Krishna, berührt sie niemand. Von ihrer Liebe ist mein ganzes Wesen durchdrungen. Und also erlebe ich die Lieblichkeit meiner selbst. Vor dir habe ich keinen Grund, etwas zu verheimlichen und zu verbergen. Durch die Kraft des Prima weist du den ganzen geheimen Sinn. Halte alles verborgen und teile es niemals mit. Die Welt würde nur spotten. Ist mein Tun doch wie das Tun eines Irren. Ich bin der eine Narr und du bist der andere. Und so sind wir beide einander gleich. Und also verbrachte er in Gesellschaft Ramanandas zehn Nächte in der Freude des Berichtens von Krishna. Viele tiefe Geheimnisse der Vraj Lila wurden erörtert. Doch haben sie kein Ende. Dann bat Prabhu den Rai, aufbrechen zu dürfen. Und sagte ihm beim Abschied. So sagte er, umarmte den Ramananda, schickte ihn fort und begab sich zur Ruhe. Am Morgen machte Prabhu sich auf den Weg, grüßte ehrend eine Bildgestalt Hanumans und brach nach dem Süden auf. Fußnote 483 In Chaitanya Charitamrita Antjalila 5.68-71 sagt Chaitanya, Rai ist kein menschliches Wesen. Er besteht ganz und gar aus Krishna, Bhakti, Rasa.